Ah, endlich frei von dieser verfluchten Falle. So ein... Hey da, ich hab mich gerade ein bisschen am Strand entspannt, als mich plötzlich ein unheilvolles Grauen überkam. Ich frage mich, was ihr so treibt. Moment, diese Stimme kenn ich. Oh weh, was habt ihr getan? Schnell wieder in die Zelle mit ihr. Milhouse, jetzt bist du dran. Bereit zu explodieren? Entschärft die Eichhörnchenbomben, bevor sie explodieren. Jetzt geht's heiß her. Zerstört jetzt die lästigen Raketenhühnchen. Sie werden feiern. Macht euch über ihre Haare lustig. Bringt eigentlich nichts, aber das macht sie echt sauer. Ihr Unsinn. Mein Haar ist tabu. Verstanden? Oh, das hat wirklich geklappt. Ich wusste es, Milhouse. Oh oh. Du kannst dich nirgends vor mir verstecken, Milhouse. Nirgends. Millie, ich kann das erklären. Hör mir auf mit Millie, Milhouse-Jerrymus-Manasturm. Jetzt setzt es was. Das ist überhaupt nicht mein Name. Danke auch. Ihr habt keine Ahnung, was ihr heute auf die Welt losgelassen habt. Rein zufällig muss ich mich ganz dringend um etwas kümmern. Ja. Ciao. Ja. 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 Oh, 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 oh.